Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich Willkommen zu Game of Nerds, eurem Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Ringträger Chris und mit mir dabei Meister Silmarillion. Michael, ich grüße dich. Sei gegrüßt, Meister Chris. Na, hast du Bock? Ja, also irgendwie schon so ein bisschen. Je mehr ich mich wieder einlese, desto mehr finde ich mich auch in diese Welt wieder ein. Musstest du dich denn wieder einlesen? Ja, absolut. Es ist ja nicht ganz zwei Jahre her, dass wir in einer epischen Doppelfolge Rings of Power und House of the Dragon besprochen haben. Das war Ende Oktober 2022. So lange ist das her. Und ich muss da auch ganz ehrlich sagen, es gab jetzt kein Previously On. Das stimmt. Es hätte mir doch durchaus geholfen. Ich habe dann nochmal die letzte Folge unseres Castes als Vorbereitung gehört. und war dann, dann noch nochmal, ach so, ja stimmt, die gab es ja auch noch. Ach ja, genau der. Ach guck mal, ja. Ach schau mal. Ach ja, ja. Ich habe mich dann an alle mehr oder weniger noch erinnert. Muss aber ganz ehrlich gestehen, deswegen sage ich das auch gleich ein bisschen vorab. Also alle Namen der Targaryens und so weiter habe ich jetzt gerade noch nicht wieder drauf. Da war ich recht fit in der letzten Folge gewesen. Aber da geht es mir wie bei Discovery, ich weiß nicht mehr, wie die alle heißen. Aber es liegt nicht am Drehbuch. Außer es weiß. Das Problem hier ist auch, wie du gesagt hast, das ist ganz schön lange her, dass das Season 1 Finale gelaufen ist. Laut dem Game of Thrones Fandom, Vicky, sind es in der Tat 602 Tage seit The Black Queen. Und das ist die größte Pause zwischen Staffeln in der Welt von Westeros seit, zwischen Game of Thrones Season 7 und Season 8. Das waren 595 Tage und jetzt hier sind es sogar 602 Tage. Ganz schön lange her. Gab es dafür so einen Grund, wie so Behind the Scenes? Hat man da irgendwas gehört? Das ist ja dann dafür, dass die erste Staffel ja recht lang gedauert hat oder sehr erfolgreich war, hat es ja doch recht lang gedauert. Oder verklärt da die Vergangenheit nur und es hat ehrlich gesagt bei Game of Thrones auch immer anderthalb, zwei Jahre gedauert? Ich glaube, einfach mit dem Aufwand, der in so eine Staffel reinfließt, das dauert mittlerweile länger. Und wir dürfen ja nicht die Pandemie vergessen, die auch irgendwann mal dazwischen reingehauen hat, die man ja immer wieder gerne vergisst. Aber die ganzen Verzögerungen, dann kam dann der Writer's Strike aus dem letzten Jahr noch dazwischen. Ich denke, das waren alles so Faktoren, die damit reingespielt haben. Aber man darf nicht vergessen, diese Serie ist wahrscheinlich unglaublich aufwendig zu produzieren. Und ja, sind wir ganz ehrlich, bei heutigen Serien ist es ja normal geworden, dass man ein, zwei Jahre mindestens warten muss zwischen Staffeln. Also nicht fängt im Herbst an und dann hört es im Frühjahr auf und dann fängt es im Herbst wieder an, wie wir es gewohnt waren. Dann ist es eher, hört im Herbst auf und dann zwei Jahre später im Frühjahr fängt es wieder an. Ja, ganz genau. Das ist irgendwie noch so dieser Rhythmus, den habe ich einfach noch so drin, so aus alten, wohligen Star Trek-Zeiten. Ja, dass das irgendwie so gefühlt so dauernd irgendwie, halb, dreiviertel Jahr musste man warten. Aber klar, natürlich, wenn du alles nur im Studio drehst, auf so einer Pappmaché-Brücke, ja, und da ab und zu mal durch ein paar Pappmaché-Felsen latscht, übertreib jetzt ein bisschen, dann kannst du es natürlich einfach schneller runterdrehen. Da ist absolut was dran. Und man darf nicht vergessen, Serien wurden ja früher oft so produziert, dass sie während die Staffel erschienen ist, noch gedreht und noch produziert haben. Also das ist ja jetzt auch nicht mehr. Die drehen ja mittlerweile alles ab, manchmal sogar zwei Staffeln und dann kommt eine lange Post-Production-Phase und dann hauen sie es raus. Hier kann es gewesen sein, früher bei so einer Star Trek-Staffel hat man die erste Folge gesehen, während die letzte noch nicht mal gedreht wurde. Da hast du natürlich vollkommen recht, das kam natürlich auch noch dazu. Ja, wenn sich alle fragen, worüber reden die denn? Wir werden natürlich über House of the Dragon reden, ja. Über die zweite Staffel, sie hat gerade angefangen und das werden wir tun, ungefähr so alle 14 Tage. Wir haben jetzt gesagt, komm, für die erste Folge machen wir mal ein kleines Kick-Off, um dann immer zwei Folgen zu besprechen, weil ja jetzt auch gerade zeitgleich noch die Acolyte läuft und wir auch noch ein paar andere Serien und Filme dann besprechen wollen. Und Michael, wer mehr von uns hören möchte, weil ich ja weiß, dass immer zu so einer Staffel Game of Thrones und auch zu neuen Staffeln da immer nochmal neue Zuhörer dazukommen. Herzlich willkommen an euch. Wo könnte man denn noch mehr von uns hören? Dafür geht ihr einfach ganz locker und flockig auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles, was wir jemals geschrieben, aufgenommen und so sonst noch verbrochen haben. Das Wichtige ist, wenn ihr auf diese Webseite geht, wenn sie mal zwischendurch nicht lädt, versucht es später nochmal, deshalb hört euch diesen Podcast auch so an, könnt ihr auf die ganzen Kontaktoptionen gehen. Denn ihr klickt einfach, wenn ihr nicht gerade hören wollt, auf den Feedback-Button und da findet ihr Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Zum Beispiel über WhatsApp an die 01525 964 7709, gerne per Sprachnachricht oder Textnachricht. Sprachnachrichten haben wir schon lange nicht mehr bekommen. Oder ihr schreibt eine Mail an die info at nerdizismus.de, ganz klassisch und wir lesen auch hier oft sehr viel davon vor. Oder ihr diskutiert mit auf Discord unter nerdizismus.de slash Discord. Und wer uns natürlich auch mal live sehen möchte, vor allem meine Wenigkeit, der kann das am Samstag, den 22.06. also ganz kurzfristig jetzt noch in Essen tun, im Rabbit Hole Theater. Da gibt es eine neue Ausgabe von Nerdizismus, der Joint Venture Show von Chris und Chris, von Last Geek Tonight und mir. Und wir haben zu Gast die ganz fantastische Mina aka Edencraft, eine ganz tolle Cosplayerin. Und das Ganze gibt es am Samstag, den 22.06. im Rabbit Hole Theater um 15 Uhr. Also eine Kaffeeklatsch-Edition. Und wer im Cosplay kommt, der zahlt statt 20 Euro nur schlappe 10 Euro. Und da machen wir uns einen ganz famosen, kuscheligen Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und ganz viel Spielen. Und Klatsch und Tratsch. Also schießt euch ein Ticket unter rabbithole-theater.de slash nerdychrismus oder einfach auf rabbithole-theater.de. Da findet ihr das am Samstag um 15 Uhr. Und natürlich freuen wir uns auch... Was zählten? Bitte? Was zählten bei euch als Cosplay? Naja, also jetzt eine rote Nase, jetzt eine rote Mütze und einen billigen Schnauze ankleben, würde ich jetzt nicht als Super Mario Cosplay durchgehen lassen. Also sollte schon so ein bisschen Cosplay sein. Ja, das wäre schon ganz gut. Aber es muss ja jetzt nicht alles selber gemacht sein. Da wollen wir jetzt nicht drauf gucken. Aber wer im Cosplay kommt, wie gesagt, statt 20 Euro nur 10. Und da freuen wir uns natürlich euch zu sehen. Und wer nicht kommen kann, der darf uns aber natürlich noch gerne ein paar Sterne hinterlassen. Das kann er bei iTunes tun, das kann er bei Podcast Addict tun oder das kann er natürlich auch bei Spotify tun. Und ihr könnt bei Spotify übrigens auch inzwischen kommentieren. Da müsst ihr einfach nur auf interagieren klicken und dann könnt ihr das auch dort tun. So, ja, Feedback haben wir keins. Das haben wir zum letzten Mal aufgeräumt, als wir dann nämlich noch über die Herr der Ringe Filme gesprochen haben. Also von daher schaut doch da nochmal rein. Geht doch ein bisschen zurück. Hört eure Reviews an zu den Herr der Ringe und Hobbit Filmen. Die sind auch sehr, sehr lange. Teilweise zwei Stunden oder sogar länger. Also von daher habt ihr richtig was zu hören. Und ich würde mal sagen, Michael, wir fangen mal an mit der üblichen Frage. Du weißt ja jetzt, was kommt. Zum ersten Mal wollen wir ein bisschen mal fragen. Was glaubst du denn, wie ist dieser Staffelauftakt mal so bewertet worden bei Rotten Tomatoes? Ich glaube, ich war da schon ein bisschen gespoilert, weil ich irgendeine News-Headline gelesen habe. Verhalten pessimistisch. Rotten war Prozent oder war Punkt. Ich vergesse das immer wieder. Ja, ist immer Prozent. Ja, Rotten ist Prozent. Also prozentig würde ich sagen, vielleicht von Critics-Score so 70, 75 Prozent. Audience-Score könnte ich gar nicht sagen. Wahrscheinlich in einer ähnlichen Richtung, weil die Folge ja noch nicht wirklich so groß an Fahrt aufgenommen hat. Ja, ein bisschen viel Understatement. Also wir sind im 92er-Bereich bei den Critics-Scores. Oh wow, okay. Von 68 Reviews. Und wir sind bei 88 Prozent beim Audience-Score. Also siehst du, da ist mein Bias durch dieses eine Review, was ich gelesen habe, wahrscheinlich nach hinten losgegangen. Und das Ganze bei über 500 Ratings, die da also schon reingelaufen sind. Das Ding ist definitiv nicht Review-bombt worden. Ganz im Gegenteil zu Die Ecolite, das ja immer noch bei 14 Prozent im Audience-Score rumkrebst. Dies, so schlimm ist es nur, weiß Gott auch nicht. Dazu in unserem anderen Cast mehr. Und dann haben wir natürlich noch immer die obligatorische Frage, was glaubst du denn, wie sich House of the Dragon so bei Google in den Google-Trends geschlagen hat in den letzten paar Wochen? Ja, muss wieder ganz oben sein, weil so ein Game of Thrones ist heutzutage auch noch ein Ereignis. Also ich denke, da kann aktuell keine andere Show vielleicht im Star Wars-Universum mithalten. Aber auch zum Review-bomben, um da was zu sagen. Abgesehen mal von vielleicht Staffel 7 und Staffel 8 erwarten die Leute ja, dass man geschockt wird von Game of Thrones. Also die möchten Aufreger da reinbekommen. Und das dürfte hier ähnlich wieder sein. Also ich könnte mir denken, dass schon einiges an Bass wieder da zu hören und zu lesen war. Ja, das war auf jeden Fall so. Und man muss ganz ehrlich sagen, das Ding wischt. Und ich hatte es bei Die Ecolite ja schon gesagt, wo ich erwähnt habe, dass Game of Thrones einfach, obwohl es schon 2019 beendet wurde, immer noch in der Suchnachfrage. Und das unter dem Stichwort, also Fernsehserien, wir reden jetzt nicht von den Büchern oder so, immer noch mit allen Serien den Boden in der Nachfrage aufwischt. Kommt halt mal eben hier aus dem Nichts sozusagen House of the Dragon und macht Die Ecolite platt, macht Shogun platt, macht Freebody Pop platt, macht The Doctor Who platt, macht Star Trek Discovery platt. Also es schießt einfach von Null auf Hundert in den letzten fünf Tagen. Da sind keine dieser genannten Serien im letzten halben Jahr rangekommen. Ja, aber das ist schon krass. Ich meine, das haben wir ja auch ganz oft schon in diesem Podcast besprochen. Game of Thrones war so eines dieser letzten großen popkulturellen Phänomen-Serien, die wir hatten, wo wirklich jeder, aber wirklich jeder am nächsten Tag gesagt hat, hast du es gesehen, hast du es gesehen, so ab Staffel, glaube ich, fünf oder sechs ist das ja richtig abgegangen. Und auch selbst jetzt wieder bei der Arbeitsstelle meiner Frau, da hat irgendeine Projektmanagerin schon vorgewarnt, dann startet House of the Dragon, guckt das bitte alle, sonst werde ich euch verdammt nochmal spoilern. So, und jetzt muss man doch mal, ich stelle jetzt mal eine These auf, ja. Und ich würde einfach mal sagen, die erste Staffel und auch der Auftakt zur zweiten oder überhaupt diese Serie als Ganzes ist doch durchaus so ein Mea Kulpa an die Fans. Ja, wir haben verstanden, die achte Staffel Game of Thrones haben wir verkackt. Ja, wir haben verstanden, das Ende haben wir komplett verkackt. Und hier, liebe Fans, ist was, auf das wir uns wieder alle einigen können. Und jetzt sind wir einfach alle wieder glückselig und gucken unsere politischen Ränkespiele und unsere schockierenden Morde. Und wenn ich mir da halt eben anderen Content anschaue aus dem Star Wars, Star Trek und wahrscheinlich auch Who-Universum, da bin ich halt nicht drin, das kann ich nicht beurteilen, dann stellt sich mir doch schon die Frage, beziehungsweise muss ich doch konstatieren und sagen, ja geht doch, guck doch mal, es geht doch, da hast du doch eine Serie, die hat gute Drehbücher, ja gut, okay, sie kommt natürlich auch von einer guten Vorlage, okay. Sie hat mehr als nur solide Umsetzung, hochwertigste Umsetzung, da wirkt nichts billig dran, also im Detail, aber nicht das große Ganze. Da gibt es natürlich viel Inhalt, aber auch gut erzählten Inhalt, man kann ihm immer folgen und man muss natürlich auch dranbleiben, das ist keine Show, bei der man nebenher noch irgendwie bügeln kann oder so, ja. Weil dann bist du relativ schnell raus, aber du hast doch hier mal was in den ganzen Schrott-Content, den wir uns die letzten Monate haben, reinziehen müssen, mehr oder weniger freiwillig, ja. Ist das doch mal wieder erfrischend anders und es zeigt mir einfach, dass es doch geht, wenn man nur will. Ja, also ich glaube, Game of Thrones, House of the Dragons, hat hier auch wieder so eine Sonderstellung. Einerseits hatten wir dieses Hype-Phänomen von Game of Thrones. Da sind alle mit drin, dieses politische Ränkeschmieden, dieser Rosenkrieg im Mittelalter, der hier aufgezogen wurde. Und dann erwartet man ja auch so ein bisschen das, was der Nachfolger macht. Nicht nur, dass wir die gleiche Titelmelodie haben, nicht nur, dass wir eine ähnliche Produktion haben. Wir haben hier auch wieder eine Vorlage, die deutlich mehr an Qualität hat, als alles, was wir auch in der siebten, achten Staffel so erlebt haben. Aus dem Grund, weil George R. R. Martin vorgeliefert hat. Also hier hat man nicht Showrunner, die mussten sich vieles aus den Fingern saugen, die mussten sich alles nicht irgendwie zurechtlegen, weil sie nur grobe Storypoints gehabt haben. Hier haben wir wirklich einigermaßen detaillierte Vorlagen, sogar in zwei Büchern für das Ganze. Einer ist, was ich selber auch zu Hause habe, ist The World of Ice and Fire, was quasi das Simmerillion von Song of Ice and Fire Welt ist. Und dann nochmal eine vertiefte Version von der gesamten Geschichte in Fire and Blood, wo es nur um die Targaryens gibt. Und dann gibt es sogar nochmal tiefere Versionen, die George R. R. Martin geschrieben hat, ohne dass er bei Winds of Winter irgendwie weiterkommt, wo wir gesagt haben, Staffel 4, Staffel 5, das Puck kommt bestimmt nächstes Jahr, hat er währenddessen diese ganzen anderen Sachen geschrieben, die wir hier jetzt als Vorlage haben und die natürlich großartig sind, um da auch ein gutes Fernsehen draus zu machen. Und wir haben Leute, die mal wieder Bock drauf haben, diese Serie zu produzieren. Weil das musste man ja auch sagen. Benioff und Vice waren bei Game of Thrones so dermaßen erfolgreich, dass sie sich gefesselt haben an diese 8 Staffeln, die sie abdrehen mussten, aber gerne lieber was anderes machen wollten und wo die ganzen Projekte sowieso nach hinten gefallen sind. Also was man in den letzten Staffeln auch gemerkt hat, die wollten durchrushen, die wollten sich nicht die Zeit dafür lassen, was aufzubauen, weil die so unglaublich erfolgreich waren, dass sie dann doch ihr Star-Wars-Skript, ihre Star-Wars-Trilogie machen wollten oder Street-Body oder irgendwas anderes. Und hier haben wir wieder frisches Material, wo Leute dran sind, wo auch pro Staffel, jetzt haben wir wieder einen anderen Showrunner, wieder andere Schreiber und andere Autoren dahinter, wo man sieht, dass wieder Lust da dran ist, dieses Ganze zu produzieren, wo noch nichts verbraucht ist, wie in 7, 8, 9 Jahren Game of Thrones. Ja, ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Würde ich absolut so mitgehen. Das hatten wir auch seinerzeit ja dokumentiert, thematisiert bei der letzten Staffel Game of Thrones, wo ja eigentlich die zwei Jungs da, die BB, oder weniger ja schon, geistig ja schon woanders waren. Bei einem Star-Wars-Projekt, das bis heute nicht gekommen ist. Es wird auch nicht mehr kommen. Genau, es wird auch nicht mehr kommen. Ich glaube, ich glaube, gerade durch diese Staffel 7 und 8 haben die sich einige Brücken abgebrannt. Gut, Three-Body haben wir einigermaßen hinbekommen. Ist in Ordnung. Aber ja, die haben nicht mehr diese Vorschuss-Lorbeeren, die sie sich mit den ersten Staffeln Game of Thrones erarbeitet haben. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an und wollen mal diese erste Folge besprechen, die den Titel trägt, Sun for Sun. Und warum das denn trägt diesen Titel, das werden wir ja sehr schnell erfahren. Ich glaube, wir haben beim Besprechen der ersten Staffel durchaus ein bisschen bemängelt, dass wir natürlich diese krassen Zeitsprünge hatten. Aber es war halt auch einfach eine Staffel, die erstmal alle Schachfiguren an ihren Platz bringen musste. Aber, das muss man ja auch im Nachhinein sagen, wenn man sich andere Serien dann nochmal zu Gemüte führt, diese Serie schafft es wenigstens, in einer Staffel alle Schachfiguren an den Platz zu bringen. Ja, das ging schon ziemlich knackig und da muss man dann schon dabei bleiben und dann kann man nicht mal eben noch her die Wäsche aufhängen und so weiter. Dann ist man relativ zügig raus. Aber, das haben sie auf jeden Fall geschafft. Und ich meine, wir erinnern uns ja am Ende, als Rhaenyra ganz böse in die Kamera guckt und da wussten wir schon, oh oh, ja, jetzt gibt es Beef. Und mehr oder weniger nahtlos, da geht es auch weiter. Ja, fast nahtlos. Wo ich sagen würde, diese erste Folge nimmt sich trotzdem noch Zeit, was aufzubauen, weil hier nach dieser Folge wird es wahrscheinlich so richtig abgehen. Aber ja, ich habe mit meiner Frau da gesessen und die hat gesagt, irgendwie so langweilig, irgendwie folge ich nicht mehr. Das ist halt schon eine Herausforderung, wie du gerade gesagt hast. Trotzdem war ich positiv überrascht, gerade vom Anfang der Folge, weil sie uns ein ganz neues Intro geschenkt haben. Vielleicht nicht eine neue Intro Musik, da sind sie beim Sicheren geblieben, aber sie haben uns ein neues Intro zusammengewebt. im wortwörtlichen Sinne. Ja, und wo es ja in der ersten Staffel noch so um die Blutlinien ging und deren Aufbau, haben wir jetzt also einen Wandteppich und da wird es sozusagen Living History, wie man im Englischen sagt. also da wird ja dann nochmal die ganze Tagarien und Geschichte und so weiter und fortgeschrieben. Man könnte, wenn man die erste Staffel noch sehr präsent hat, durchaus sich an das ein oder andere Ereignis dann nochmal erinnern. Es ist, so habe ich mir aber sagen lassen, auch sehr viel Backstory dabei, was eigentlich nur aus diesen ganzen, ja, sag ich mal, analen Büchern und so weiter bekannt ist. Also die Vor-Vor-Vorgeschichte der ganzen Targaryens etc., was also ganz viel für den Insider da wohl sehr viele bereithält. Ich sehe das nicht. Ja, man muss schon ganz genau hinschauen, aber das war eine der tollen Sachen der Game of Thrones-Intros immer, dass sie einfach so viele Details enthalten haben und auch verschiedene Orte, an die sie uns gebracht haben mit jedem, mit jeder neuen Episode. Und hier ist es in der Tat so, wie du es gerade gesagt hast, wir fangen an bei Valyria, also dem ursprünglichen Ort, wo alle Drachenreiter herkommen, bis über Doom von Valyria, seit dem Untergang, wo irgendwie 13, 14 Vulkane auf einmal ausgebrochen sind und quasi die Welt von Drachen befreit haben und nur, weil die Targaryens und die Valeryens früh genug geflohen sind, weil sie quasi hellseerische Fähigkeiten hatten, waren die die einzigen, die überlebt haben und dann ist Aegon mit seiner Familie, den Targaryens hat dann nach Westeros rüber, haben die ganze Welt, die ganzen sieben Königreiche eingenommen und so weiter und so fort. Also das, wenn man denn wollte, könnte man Frame für Frame durchgehen, um sich diese Geschichte nochmal komplett anzuhören. Ich meine, wir haben sicherlich, wenn ich mich recht erinnere, in Staffel 1 und auch davor, schon sind wir ins äußerste Detail darauf eingegangen, was da alles vorher passiert ist und ich habe es selber gar nicht mehr im Kopf. Deshalb kann ich allen empfehlen, hört euch unsere alten Episoden an, weil ich glaube, so viel von der Backstory werden wir jetzt in dieser Staffel nicht mehr erklären. Nee, das setzen wir jetzt ehrlich gesagt mal voraus, außer du musst ja vielleicht ab und zu nochmal auf die Sprünge helfen. So, also, wenn ich meinte, wir starten nahtlos daran, dann meinte ich natürlich zeitlich jetzt erstmal, ist ja nur ein paar, ja eigentlich wahrscheinlich nur ein paar Tage oder so ein paar, höchstens zwei, drei Wochen vergangen. Länger kann das ja nicht gewesen sein. Ja, muss, ich meine, Raben brauchen immer noch eine gewisse Zeit lang, um zu reisen, aber letztendlich, wir haben ja nicht dieses, dieses, dieses Instant Hopping, was wir aus den letzten Staffeln Game of Thrones haben. Trotzdem verbreitet sich die Nachricht und nur nach und nach kriegt jeder der Targaryens überhaupt mit, was denn da passiert ist mit den jüngeren Cousinen, jüngeren Bruder, mit dem Sohn und so weiter. Und wir fangen an, an einer sehr bekannten Location und zwar Winterfell und der Mauer. Ja, und sie haben sogar das alte Winterfell-Theme wieder rausgeholt von den Starks als Musik. Das fand ich sehr schön und genau, und wir gehen zur Mauer und sehen dann nochmal alles, wen sehen wir denn da? Das ist Gregan Stark. Genau, einer der Ururgroßväter unserer geliebten Starks, der aktuell, über Winterfell und über den Norden herrscht. Nachdem sein, sein eigener Großvater, glaube ich, war derjenige, der sich vor Egan, dem Conqueror, auf die Knie gegangen ist als einer der Letzten, die dazu gestoßen sind von den sieben Königreichen. Ich sage euch mal eben kurz, der Schauspieler Tom Taylor, nicht zu verwechseln mit der günstigen Klamottenmarke, den habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr Der dunkle Turm geguckt habt. Da war er dabei, ob da jetzt seine, da hat er den Jake Chambers gespielt. Ich selber habe es nicht gesehen, also von daher, vielleicht hat es ja der ein oder andere von euch geschaut und war auch in zehn Folgen Dr. Foster, das kenne ich nicht, da war er in Last Kingdom in einer Folge, Legends zwei Folgen, also der steht da noch etwas am Anfang seiner Karriere und ja, und wen haben wir denn da aus dem Hause Targaryen, der dann dabei ist? Das ist ja, wie heißt der Sohn? Den muss ich auch nochmal eben nachschauen. Oder weißt du es gerade aus dem Kopf? Gesseris. Richtig, Gesseris heißt der ganz genau. Und auch, ist der Schauspieler auch noch oder ist der Bub nur älter geworden? Nee, der ist einfach nur älter geworden zwei Jahre, ne? Die sind alle ein bisschen älter geworden. Ich meine, zwei Jahre machen schon einiges aus einem, gerade aus so jüngeren Leuten. Ich wollte gerade sagen, gerade wenn du so im Teenager-Alter bist, dann hat der natürlich einen Schuss gemacht. Das heißt, wenn du die Serie Back to Back guckst, ja, keine zwei Jahre dazwischen hast, dann fragst du dich schon so, Moment mal, der ist doch gerade vor zwei Wochen erst auf den Drachen gestiegen. Weißt du, wie mit dem passiert? aber hatten wir ja auch so ein bisschen zwischen den Game of Thrones-Staffeln, gerade Arya und so, die deutliche Sprünge zwischendurch gemacht haben. Oder Rikon oder so, die sind ja alle super. Auf jeden Fall, das ist halt eben immer diese Geschichte. Wie fandst du das, die Mauer wieder zu sehen? Oh ja, war ein guter Rückblick. Ich meine, das wird sowieso einigermaßen wichtig, weil die Starks immer noch eine große Macht in den Siebenkönigreichen sind und einfach auch viele Männer dazu bringen können. Aber soweit ich mich erinnere, wird Kragan Stark auch eine unter den ganzen Siebenkönigreichen relativ wichtige Figur für den weiteren Verlauf des Bürgerkriegs. Und jetzt musst du mir aber noch vielleicht mich noch mal kurz helfen, der Kragan Stark, der, wie soll ich sagen, wir sehen ja am Anfang erst mal so einen Auserwählten, das ist der aber nicht. Ich war ein bisschen irritiert, weil wir sehen erst im Hof von Winterfell, wie halt diese Ausloserei funktioniert und dass halt einer da den schwarzen Stein da rauszieht und dann wird dieser Soldat dann so in Großaufnahme gezeigt, dass ich dachte so, hä, muss ich den jetzt kennen? Aber nee, das war einfach nur zum Verdeutlichen, wie das halt funktioniert mit der Auswahl. Genau, damit man sich noch mal dran erinnert, für alle, die Game of Thrones nicht gesehen haben oder die erst später eingestiegen sind, also die Mauer ist halt ein riesiges Konstrukt, das vor Jahrtausenden aufgebaut wurde, um, ja, die düsteren Mächte des Nordens wegzuhalten. Also die White Walkers ist eine ganz große Geschichte in Game of Thrones und die Starks sind diejenigen, die sich drum kümmern und eigentlich war es eine große Ehre, einer der Krieger an der Mauer zu sein, um einfach den Süden zu verteidigen und alle anderen Lande zu verteidigen und die Stellung zu halten. Und hier sind wir in einer Zeit, wo man noch, naja, wo es immer noch eine gewisse Ehre ist, die Mauer zu bemannen, während wir in der Game of Thrones Zeit, so 140 Jahre Jahre später, da fast nur noch Gefangene und Mörder und Räuber da rekrutiert werden, um überhaupt an der Mauer irgendeine Stellung zu erhalten. Hier hat man aber schon die Andeutung davon, dass das nicht mehr so eine große Ehre ist, weil wer hat schon Bock die ganze Zeit da oben einfach nur auf der Mauer rumzustehen. Und dann auch noch Keusch. Genau. Kann es sein, dass der, also deswegen war ich ein bisschen irritiert, weil ich dachte so, hä, wer muss ich den Dude da jetzt kennen, der den schwarzen Stein gezogen hat, weil er dann gleich danach auch noch mal ein bisschen näher im Bild ist. Aber nee, muss ich nicht. Der Kragan Stark, den wir dann aber an der Mauer sehen, ist aber nicht der Kommandant der Nachtwache. Der ist da halt nur als Obermufti der Starks und zeigt dem. Ja, der ist einfach nur, also letztendlich ist es so ein bisschen, hat man ja auch in der Szene gemerkt, dass alle, die nicht im Norden wohnen, die haben alle keine Ahnung von der Mauer und dass da irgendwelche komischen Gefahren abgehalten werden müssen. Da hatten wir ja auch in Game of Thrones, dass das keiner, dass alle haben diese Sage, da haben das für Sagen und Mythen gehalten. Und deshalb machen es die Lords von Winterfell immer ganz gerne, dass sie andere Leute zur Mauer mit hinbringen, gerade die Targaryens, um denen noch mal die Bedeutung klar zu machen, die die Mauer hat. Und gerade auch mit diesem Zitat, was sie da reingestreut haben, dass sich die Drachen nicht jenseits der Mauer trauen, das hat dann noch mal einen größeren Einfluss, dass hier nicht einfach Tausende von Leuten abgezogen werden können, weil die alle im Norden gebraucht werden. Und kann es sein, dass er das große Bastardschwert trägt, das wir auch in der ersten Folge Game of Thrones in der aller allerersten gesehen haben? Das kann durchaus sein. Dieses Detail ist mir dann untergegangen oder ich habe nicht drauf geachtet. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Bastardschwert ist, mit dem auch schon Bienen rumrennt und diesen Deserteur von der Mauer in der ersten Folge um die Ecke bringt. Also obwohl er ihn dann enthauptet. könnte ich mir vorstellen, dass es das ist. Ja, das war doch ein ganz netter Callback. Es war auch ganz nett, um mal die Winterfels mal wieder zu sehen. Und wir steigen ja ein in dieser Folge sozusagen mit Team Black, mit Team Schwarz. Mhm. Und da haben wir ja dann sozusagen erstmal The Queen Not To Be, die wir dann wieder sehen, die so ein bisschen auf Patrouillenflug ist. Und wir sehen natürlich auch hier Matt Smith. Wie heißt der jetzt? Damon Dagarin? Amon. Amon, genau. Tagarin. Ich sage ja die ganze Zeit. Moment, Moment. Damon, hast du recht. Genau, was wollte ich gerade sagen. Damon soll getötet werden. Richtig. Der wurde getötet, ja. Genau, und der Amon, der hat ja in der letzten Folge den, wie heißt das, der Bub, den er gekillt hat? Der Luke, der kleine Luceris. Genau, den kleinen Luceris aus Versehen gekillt. Aber am Ende des Tages war es ihm halt auch wurscht. Ja. Oder das ist, ich meine, ich habe es letzte Staffel schon so ein bisschen erwähnt, das ist das Interessante in dieser Umsetzung. Auch wenn man die Geschichte grob nachlesen kann in den zwei Büchern oder zwei oder drei Geschichten, die George R. R. Martin da mit anderen Autoren verfasst hat, sind diese Geschichten, die wir da niedergeschrieben haben, immer so aus einer Perspektive der Dritten geschrieben wurden. Von Meistern, die auch weiterhin nur Hörensagen aufgeschrieben haben. Und das kann, und dadurch, dass wir in der Serie dann bei den Leuten direkt dabei sind, kann es durchaus nochmal Dinge widerlegen, die in den Büchern anders aufgefasst worden sind. In den Büchern ist es so ein bisschen, dass Amons bewusst Luke getötet hat und den Drachen. In der Serie kommt das dann nochmal ein bisschen zwiegespaltener rüber, dass es eigentlich nur ein Versehen war. Ja, aber ein Versehen, was sie mir haben, wie ich gerade eben schon sagt, am Ende ja wurscht ist. Also er trauert er jetzt ja nicht lange, also er tut jetzt da eher wenig Buße. Ja. Und wir erfahren, dass es eine Blockade gibt, nämlich die andere Targaryen-Sippe, nämlich die Valerians, die blockieren King's Landing. Genau. Jetzt gute Frage, schaust du es eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Ich gucke es ja auf Deutsch. Ich gucke es ja immer auf Deutsch, weil ich ja faul bin. Also es ist weiterhin der Königsmund. Genau, wir hatten uns aber mal, glaube ich, darauf geeinigt, dass wir bei uns im Cast Mörder weniger immer die englischen Namen nehmen. Was ich übrigens auch für die Synchro ganz ehrlich bevorzugen würde, wenn sie King's Landing nehmen würden und die Hightowers und so weiter. Es klingt einfach ein bisschen knackiger. Ja, definitiv. Ja gut, aber ja, King's Landing kann gut blockiert werden, dadurch, dass es so ein bisschen in der Seebucht ist und von vielen Sachen eingeschlossen ist. Also kann man gut den Handel unterbinden und dadurch, dass die Sea Snake den, wie heißt er, das komme ich selber nicht mehr auf den Namen, aber den Valerian auf ihrer Seite haben, der Schwarzen, können sie einfach diese Blockade durchführen. Und sein Schiff ist allerdings dabei ein bisschen zerstört worden. Es wird gerade wieder aufgebaut, das sehen wir dann da. Und wir lernen einen neuen Charakter kennen von dem ich jetzt mal behaupte, Alan of Hull, Alan aus Hulk, gespielt von Abu Bakr Salim. Den habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr letztens erst Napoleon geguckt habt. Da hat er nämlich den Alexandre Dumas gespielt, also den berühmten Schriftsteller. Ihr habt ihn auch vielleicht schon mal in der Black Mirror Folge gesehen. Ihr könntet ihn auch schon mal in 16 Episoden Jamestown gesehen haben. Er spricht unter anderem in World of Warcraft, in Assassin's Creed, in Diabolo und so weiter. Also von daher, der ist da durchaus recht umtriebig. Und dieser Alan of Hull, ich hatte ja da so ein bisschen die Vibes, auch wie der mit dem König da spricht, das ist doch so ein Bastardsohn, oder? Wahrscheinlich könnte ich dir jetzt nicht mehr genau sagen. Ich glaube, der wird auch noch mal wichtiger. Aber ich verspreche, dass ich bis zum nächsten Mal wahrscheinlich wieder tiefer in den Geschichten drin bin, dass ich auch noch mehr von so Nebencharakteren was erzählen kann. Das wäre sehr hilfreich, weil nur deswegen bist du da. Nein, also der ist mir zu prominent eingeführt worden, als dass ich jetzt davon ausgehen würde, dass der jetzt keine Rolle mehr, also ob der jetzt was Tragendes, das hat sie jetzt mal dahingestellt, aber ich glaube, da kommt auch was. Ja, ja. Er wird auf jeden Fall, glaube ich, noch mal wichtig. Und genau, Corlys, Lord Corlys, die Sea Snake, der wird definitiv auch, bleibt für das gesamte Geschehen wichtig. Und auch die ganze Seemacht wird weiterhin wichtig bleiben für die gesamte Geschichte. Wo übrigens auch Fun Fact, scheinbar ist dieses Spin-Off, dieses 10.000 Chips Spin-Off, was irgendwann mal angedacht wurde, immer noch am Leben, also nachdem ja irgendwie sechs oder sieben verschiedene Serien in dieser Welt entwickelt worden sind und einige dann gekillt worden sind, wo bei einem anderen sogar schon ein Pilot gedreht wurde, ist weiterhin dieses 10.000 Chips Spin-Off am Leben. Also es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Schiffe und Wasser in der Game of Thrones Welt sehen. Es wird auch, glaube ich, nicht das letzte Mal sein, dass wir es Alicent und Kristen Cole miteinander treiben sehen werden. Auch wenn er noch sagt, das war aber jetzt das letzte Mal. Sie halten nicht mal die eine Folge durch. Das Techtelmechtel ist also immer noch am Laufen und wir sehen jetzt dann zum ersten Mal den König Aegon sozusagen, Aegon II Targaryen in Aktion. Und der ist definitiv kein Joffrey, muss man sagen. Ja, aber er war ja durchaus so ein bisschen sadistisch, als er doch der Prinz war. Ja, aber er redet hier, er hält ja seine erste Audienz mit dem kleinen Volk und er ist durchaus nicht abgeneigt, denen was zu geben, auch wenn Otto Heithauer grundsätzlich was dagegen hat, dann doch die ganzen Schafe wieder zurückzugeben oder ziehen, was es am Ende dann war. Ja, er ist halt noch nicht sonderlich clever. Da hätte man vielleicht mal jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt. Aber bei dieser Audienz lernen wir ja noch einen neuen Charakter kennen, der mir auch einen Ticken zu lange im Bild war, um mit denen sofort wieder aus der Indien-Versenkung zu gehen, nämlich You the Hammer. Gespielt von Kieran Boo, Boo, Bay, Boo, wie auch immer man ihn ausspricht. Den habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr Doctor Who geguckt habt, da war er in einer Folge. Er hat in dieser komischen Bio-Wolf-Serie mal mitgespielt, bei Da Vinci's Demons war er dabei für acht Folgen. Und wenn man seine Filme anschaut, dann hat er den, es war bestimmt seine bedeutendste Rolle, den Klaus in Alien vs. Predator gespielt. Wer erinnert sich nicht an Klaus in Alien vs. Predator? Und er leiht seine Stimme bei vor allem Bioware-Games, nämlich bei Dragon Age Inquisition und bei Mass Effect und Anthem. Und dieser Jude Hammer, der kommt bestimmt auch noch. Aber wie ich jetzt gerade eben da in Ausführungen entnommen habe, kannst du mir das jetzt heute auch noch nicht sagen. Das wäre in der Tat, also wenn ich das sagen würde, das wäre in der Tat ein Spoiler. Gut, dann halten wir fest, der ist für die Waffen verantwortlich und ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch was. Ich kann nur sagen, er wird für Drachen nochmal wichtig. Okay. Dann sehen wir auch mal, den hatte ich ganz verdrängt, aber kaum habe ich ihn gesehen, war er wieder da. Nämlich unseren einzig halbwegs prominenten Lannister. Ach so, ja. Nämlich Larys, ja. Also der sozusagen ein bisschen die Littlefinger-Rolle übernimmt in der ganzen Geschichte hier. Unseren Fußfetischisten. Und... Ja. Du erinnerst dich, hey, kein King-Shaming hier, ja. Und nicht, dass uns das auch noch vorgeworfen wird. Wir sind schon... Wir müssen uns schon für Body-Shaming verantworten. Wir müssen uns schon für latent rassistische Äußerungen verantworten. Jetzt gibt es noch King-Shaming und top. Wir lassen nichts aus. Hier ist natürlich alles Quatsch. Du sprichst es auch ein bisschen aus wie King-Shaming. Ja, King-Shaming auch, ganz genau. Und der hat, der berichtete Alicent, dass er wahrscheinlich ganz uneigennützig mal so ein bisschen unter ihrem Bediensteten aufgeräumt hat. Also es ist immer... Weißt du, was ich so schön finde, ist, ich bin ja immer ein großer Show-Don't-Tell-Freund. Aber wenn es gut ins Skript passt und gut rübergebracht wird und gut geschauspielert wird, dann kann man das auch mal entfernen und nämlich einfach nur mal so einen Satz reinschmeißen und dann einen Gegenschuss auf Alicent, die dann sehr besorgt, irritiert guckt. Und dann weißt du ganz genau, was Phase ist. Da musst du nicht zeigen, wie irgendwie jetzt noch drei Hausmägde gefoltert werden. Ja, also er hat ja eine der Rollen, die auch hier in dieser Folge wieder zeigen, wie sehr unterm Joch Alicent doch von allen steht, dass sie einfach nur eine Spielfigur, eine Schachfigur in den Ränkespielen von allen anderen ist. Ich meine, wir haben es ja in der letzten Staffel schon gesehen, sie will ja eigentlich ihren Kindern nur was Gutes, sie will im Königreich was Gutes und eigentlich will sie ja sich auch mit ihrer ehemaligen Freundin wieder vertragen. Aber dadurch, dass sie überall um sich herum Leute hat, die Pläne schmieden und die ihre eigenen Agendas haben, ist sie einfach immer so zwischen a rock and a hard place gefangen, wie es die Amerikaner sagen würden. Sie hat halt kaum eine andere Wahl, als irgendwie aktiv zu werden. Und Laris ist auch einer derjenigen, die sie halt zur Aktivität zwingen. Wobei man hier sagen muss, im Laufe der Folge, und das hatten wir beim letzten Mal angesprochen, dass ja Alicent durchaus erst gegen Ende der letzten Staffel so wirklich aktiv wurde. Vorher war sie so eine Getriebene. Und jetzt ist sie ja wirklich in der Position, dass sie ja auch mit ihrem Daddy zusammen anfängt, jetzt die Zügel in die Hand zu nehmen. Ja, weil sie ist immer noch, sie ist ja immer noch getrieben. Sie soll ja ihren Sohn unter Kontrolle halten und das schafft sie ja ganz offensichtlich nicht und kriegt dann trotzdem wieder von allen Seiten drauf. Das stimmt. Aber ich glaube auch, dass sie diese, wie soll ich sagen, diese Fremdbestimmung jetzt nach und nach aufgeben wird. Hm, ja. Schauen wir mal. Kommen wir zur anderen Prinzessin beziehungsweise Königin, nämlich Rhaenyra. Und die sehen wir erst relativ spät in dieser Episode, nämlich erst so nach ungefähr 20 Minuten. und, ja, ich meine, die Nachricht vom Tod ihres Sohnes ist ja wahrscheinlich gerade mal erst ein paar Tage her und die ist ganz schön fertig. Ja, und sie will auch irgendwie mal Beweise dafür haben, dass das passiert ist, will sich also selbst davon überzeugen, was dann doch so ein bisschen Plot-Convenience ist, dass sie genau an der Stelle auftaucht, wo der Drachenflügel von ihrem Sohn angeschwemmt wird. Ja, das war auch so ein bisschen so, hm, von allen Ozeanstränden. Da wäre es vielleicht ganz, ganz cool. Also da denke ich mir auch so, ja, die Szene hätte ich dann auch anders inszeniert und hätte ich dann irgendwie im Thronsaal, sie sitzt da und trauert und dann kommt halt irgendwie so ein Fischer und sagt, schau mal, was wir im Meer gefunden haben, irgendwie so ein Kram. Ja, aber sie ist ja auch eine derjenigen, die, eigentlich will sie ja sich ja mit Alison vertragen und eigentlich will sie ja das Beste für ihre Familie vor allen Dingen, und für die sieben Königreiche, weil sie ja den Auftrag bekommen hat, die sieben Königreiche gegen die White Walker zu verteidigen von ihrem Vater, der ja auch so ein bisschen hellsehend war. Also sie ist ähnlich wie Alison, möchte sie eigentlich das Gute für The Realm, für die Lande und für alle anderen, aber durch die Umstände, die da auftreten, wird sie auch immer wieder in gewisse Ecken getrieben, durch Damon, der unbedingt Rache will, durch andere anderen, die quasi dann Tatsachen schaffen, wie dass ihr Sohn getötet wird. Und jetzt ist sie, in dieser Folge ist sie größtenteils eine trauernde Mutter, die jetzt erstmal durch die, wahrscheinlich die sieben Stadien der Trauer durchgehen muss und am Ende natürlich wieder in der Wut endet. Ja, allerdings. Dann können wir uns doch bei der Gelegenheit nochmal die sieben Stadien der Trauer einfach mal anschauen. Vielleicht finden wir ja da eine Parallele. Ich meine, wir selber haben ja die sieben Stadien der Trauer auch bei Discovery und bei Picard durchliegen. Und daher, wir kennen das Ganze, ja, aber für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, wollen wir die mal durchgehen. Wir sind jetzt definitiv erstmal noch in der Schockphase. Genau, also in der Schockphase, der Phase 1. Genau, Phase 2 ist die Ablehnungsphase, Phase 3 ist die rationale Akzeptanz, Phase 4 ist die emotionale Akzeptanz, Phase 5 ist Lernen, Phase 6 ist Erkenntnis und Phase 7 ist die Integration. Also da hat die gute Rhaenerys noch ein bisschen was vor sich. Es gibt auch manchmal die fünf Phasen der Trauer, auch die gibt es. Das wäre dann eben auch hier der Schock beziehungsweise nicht wahrhaben wollen. Das ist dann sozusagen das Zusammen. Dann hat man den Zorn, das Verhandeln, Depressionen und am Ende die Zustimmung. Also da gibt es so verschiedene Phasen, je nachdem in welcher Lehre oder welcher Schule man da folgt, aber sie wird auf jeden Fall durch noch ein paar Phasen gehen und ich glaube, dass die nächste Phase, die uns ja schon angedeutet wird, ist ja jetzt der Zorn. Genau, die Wut. Bei den sieben Phasen der Trauer muss ich immer an ein Projekt aus meiner Studentenzeit mich erinnern, wo die Rohdateien für dieses Video weiterhin auf irgendeiner Festplatte liegen und ich mir eine sehr coole Idee ausgedacht habe, dass wir in unserer alten Studentenwohnung einfach den ganzen Flur, der relativ lang war, weil wir eine Sechser-WG hatten, mit weiß verkleidet habe und dass einen der Hauptcharakter quasi immer wieder von einer Tür in die nächste reinkommt und immer wieder in demselben Gang liegt und Gang ist und dadurch die sieben Stadien der Trauer durchlebt, weil derjenige, wenn er wieder die Tür öffnet und wieder das nächste sieht, leugnet er erst oder sie erst durchs Durchrennen das Ganze, dann ist sie wütend, dann kriegt sie die Schuldgefühle und eigentlich ein ziemlich geiles Konzept, was ich mir damals ausgedacht habe und wir haben das auch komplett gefilmt. Ich habe es nur nie hinbekommen, das zu schneiden. Das nur so als Mini-Anekdote aus meinem Leben nebenbei. Ja, so geht es dir mit unserem Abifilm, den ich irgendwann mal auf irgendeiner VHS gefunden habe. Dann hat er mir der liebe Henning digitalisiert und dann habe ich die digitale Kopie auch wieder verloren, bevor ich sie irgendwo auf die Festplatte kopieren konnte. Dann hat er mir irgendwie das auf CD gebrannt und ja, die ist dann auch verloren gegangen. Jetzt habe ich es gar nicht mehr, weil ich die VHS, glaube ich, weggeschmissen habe. Naja. Naja, aber Rhaenyra, die ist ja der auslösende Faktor dafür, dass das alles wieder so ein bisschen in Bewegung kommt und als sie am Ende dann in dieser Wutphase zurück auf Dragonstone auftaucht, während alle sie vermisst haben und gesagt haben, okay, das ist eine trauende Mutter, dann kommt sie endlich zurück, kommt sie an und sagt, sie möchte Aemond tot sehen. Ja, a son for a son sozusagen. Son for a son, genau. Ja, und dann hüpfen wir wieder nach King's Landing und beziehungsweise der Daemon wird ja dann damit beauftragt oder nimmt sich das Ganze dann an und da kommen jetzt zwei in der Serie nicht benannte Charakter, aber im Buch anscheinend so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen, ich will nicht sagen, Fanlieblinge, aber durchaus bekannte Spießgesellen zum Einsatz, nämlich Blood and Cheese, Blut und Käse. Mhm. Ja, ich habe ja weiterhin nur das Buch, was so ein bisschen eine kurze Variante des Ganzen gibt, aber die wurden in der Tat beauftragt über Daemon und dann wieder über die White Worm, also die ehemalige Sklavin, deren Geschichte wir im Schnelldurchlauf in der ersten Staffel gesehen haben, die dann zur quasi, zur, zum, wie sehr, wie heißt er jetzt? Unser King of Spiders, King of, Leute aus Game of Thrones. Ach, wieso komme ich jetzt? King of Wurst. Auf jeden Fall die, die diejenige ist, die halt die Geschicke in dem Untergrund in King's Landing geführt hat, die aber immer noch weiterhin Verbindungen hat, nachdem Otto Hightower die letzte Staffel quasi weggeschmissen hatte, so sozusagen. Und die hat noch ein paar Verbindungen und hat dann ein paar Leute angeheuert oder hat ein paar Verbindungen spielen lassen, damit in die, in King's Landing, in das Red Keep eingebrochen werden kann, um den Mord an Aemond durchzuführen. Ja, ganz genau. Das, da war ich mir nicht so ganz sicher, ob als er da an dem Tor vorbeiging, war das dann irgendwie Absicht oder war das Zufall, dass er ausgerechnet über Demlor vorbeiläuft und die sich da treffen wollen? Also nicht. Ne, das war, das war, das war in der Tat schon so eingefädelt, dass die sich dort entsprechend treffen. Also im Buch ist so ein bisschen beschrieben, dass sie genau diese zwei raussucht und die sich dann vor allem, die dann zusammen hoch schleichen ins Schloss, um die Königs, um den, die Kinder zu töten oder eins der Kinder zu töten. Eins der Kinder zu töten. Als Rache. Genau, der Blatt, der ist ja ein ehemaliger Goldrock, der rausgeflogen ist, weil er eine Prostituierte erschlagen hat und Cheese ist in der Tat ein, der, auch der offizielle Rattenfänger im Red Keep und so kommen also die beiden Namen zusammen. Allerdings, ja und das war vielleicht so mein einziger Kritikpunkt an der Sache. Ich gebe ja zu, es war mal eine etwas anders inszenierte Attentatsgeschichte, aber als sie dann da so ganz tump durch den Thronsaal latschen, ah, ich weiß nicht, das war mir ein bisschen drüber. Was meinst du? Ja, meinst du nicht, dass zu der Zeit so viele Bedienstete da sind, dass nicht unbedingt alle erkannt werden? Gerade so ein Rattenfänger, der vielleicht nachts auch unterwegs ist, damit der Tag es nicht gesehen wird, um die ganzen Fallen aufzustellen, fand ich schon passend. Ja, aber was ich nicht so gekauft habe, dass sie so quer durch den Raum latschen, weißt du? Wir hätten sich einfach unauffällig an der Wand lang, also nicht geschlichen, dass die da jetzt so offensiv auftreten, weil sie auch ihre Coverstory haben, schon klar. Aber so dieses direkt vom König andererseits, wahrscheinlich in, wie heißt das im Englischen? Heided in plain sight. In plain view. Genau, in plain sight, ja. Also von daher, vielleicht war das auch dann die Geschichte. Also da habe ich nur so irgendwie so, hm, okay. Oder man wollte eben damit spielen, dass halt der König, der Junge einfach mehr oder weniger eine Null ist und das halt einfach sich mit seinen Kumpels beim Besäuftnis auf dem Thron halt einfach, ja, dafür einfach nicht schert. Vielleicht wollte man uns das zeigen. Also das war jetzt auch so ein kleines Ding. Ja, aber Dreistigkeit siegt. Dreistigkeit siegt. Kennst du diesen wunderbaren YouTuber Max Frosch? Ist das der, der sich überall reinschleicht? Genau, der sich überall einschleicht in irgendwelche Konferenzen und so. Einfach nur dadurch, dass er mit Selbstbewusstsein auftritt und ein paar Sachen kopiert, kommt er überall rein und wird entsprechend überall akzeptiert. Genau das Gleiche ist hier passiert. Man muss einfach nur dreist genug sein und dann kann man sich auch auf eine Sicherheitskonferenz einschleichen. Absolut, Kai, ich kann dich voll und ganz bestätigen. Habe ich als Teenager, als das Geld knapp war für Konzerte und so weiter auch regelmäßig gemacht. Bin immer zum Presseschalter hin, habe so getan, als wären da Karten für mich hinterlegt. War natürlich nie welche. Ich habe da einen riesen Aufstand gemacht, so ein bisschen so die Karen, I want to speak the manager. Und gerade bei so kleineren Konzertveranstaltungen hat das dann eigentlich ehrlich gesagt meistens geklappt. Es hat auch mal bei einem großen Open Air geklappt, aber das sage ich jetzt nicht wer, sonst werde ich am Ende noch verklagt. Obwohl das ist bestimmt schon verjährt ist über 30 Jahre her. Aber das hat wirklich ganz, ja, beim Fußball hat das immer geklappt, beim Eis, okay, da bist du einfach in irgendein Ordner dahin, hast ein bisschen gesagt, oh Presse, ja, bräuchten hier der Presseeingang, hattet ihr den Presseeingang gezeigt, schufst, warst du drin, das ging ziemlich easy. Und dann bist du einfach auf den Stehplatz gegangen und hast dich da hingestellt und da war das Thema auch durch. Ja, ja, manche klauen halt Kaugummis, ich habe mich wohl reingespuckelt. Was ich eher interessant fand, ich habe heute eins dieser Wired Videos gesehen, wo Experten Fragen auf Twitter beantworten und da war auch eine Mittelalter-Expertin und die hat nicht nur erzählt, dass im Mittelalter die meisten, viele Leute wahrscheinlich diesen Phasenschlaf geschlafen haben, also diesen Biface-Sleep, dass sie erst eingeschlafen sind, nachts noch ein bisschen Aktivität hatten und dann weiter geschlafen haben. Sie hat auch erzählt, dass die meisten Burgen und Schlösser, die gebaut worden sind, eigentlich ohne große Gänge und ohne große Flure gebaut worden sind, weil man immer nur Räume hatten, die an Räume dran waren, weil Burgen einfach nur zur Selbstverteidigung aufgebaut worden sind und da musste ich dann gleichzeitig an die Szenen hier denken, wo sie erst schon lange durch Labyrinthe von Gängen hier durchschleichen müssen, was dann vielleicht nicht ganz der mittelalterlichen Wahrheit entspricht, aber dementsprechend der Dramatik doch hilft. Ja, das stimmt, genau, es war da schon ein bisschen lost, dass sie da so rumgelaufen sind, irgendwie. Ich habe nicht ganz verstanden, warum der Hund da jetzt dabei war. Ich habe es so ein bisschen interpretiert, dass der Hund den Weg zurückfindet, ich habe keine Ahnung, dass er so ein bisschen wie der Führer, des dumpfen Menschen da ist, der sich am besten in einem Labyrinth auskennt. Wahrscheinlich kennt sich das Viech besser aus als er. Ja, vielleicht war das das, aber ja, habe ich nicht ganz verstanden, warum da das... Mit Hartz-Movee, als der Hund getreten wurde. Ja, da hat das Forever Nerd Girl auch sich sehr beschwert. Als hinterher das Kind in der Wiege umgebracht wurde, habe ich keinen laut gehört. Das ist ja wie so oft so, bei tierischem Leid ist man irgendwie empathischer, als wenn es gegen die eigene Art geht. Vielleicht haben wir ja ein paar Anthropologen oder Entwicklungspsychologen bei uns in der Hörerschaft, die vielleicht dazu mal was sagen können, warum das irgendwie so ist. Das würde mich ja dann doch durchaus mal interessieren. Und... Ich könnte mir vorstellen, dass es... Ich meine, Hunde... Menschen sind ja durchaus unterschiedlich und man muss den Menschen mehr erkennen lernen, um Sympathien für ihn zu entwickeln. Und das wäre meine Kritik an der Folge eher, dass wir noch nicht viel von, ja, der Träumerin mitbekommen haben und von den Kindern, also Helena hieß sie, dass wir noch nicht viel von ihr in dieser Serie gesehen haben und auch noch nicht viel von ihrem Nachwuchs. Sie hat jetzt in der ersten Staffel ein, zwei Sätze fallen lassen, wo es so angedeutet wurde, dass sie hellseherische Fähigkeiten hat, aber ansonsten sind wir nicht als Point-of-view-Charakter irgendwie gefolgt. Und so ein Hund, selbst wenn man einen eigenen Hund hat, denn der, der dem ähnlich sieht, da hat man doch mehr Sympathien für, als für einen Menschen, von dem man gar nichts kennt. Also ich könnte mir so ein bisschen darauf überführen, dass man Hunde doch eher mit seinem eigenen Hund identifiziert, weil die sich alle ähnlicher sehen, als Menschen sich ähnlich sehen. Naja, ich kann dir jetzt ja als Neue, oder naja, so Neue sind wir jetzt ja kein Hundebesitzer mehr, jetzt auch schon über anderthalb Jahre, kann ich dir ja sagen, das ist ja, ich kann jetzt so, also ich kann jetzt schon das mit den, mit so jungen Eltern schon nachvollziehen, weil der, die Anzahl, oder der, das, das an, das, wie soll ich sagen, die Anzahl an Dingen und an Geraffel, die wir jetzt so mitnehmen, wenn wir irgendwo hinfahren, ja, hat sich schon deutlich erhöht und ja, ich muss es leider auch zugeben, auch wir haben jetzt halt so ein Hunde-Buggy-Bla, ja, weil es ist halt ein Kleinspitz, der kann halt, der läuft halt nicht so viel und nicht so schnell, das ist auch der unspitzigste Spitz aller Spitze und wenn du auf sie warten würdest, bis sie sich da mal irgendwo hinbequemt hat, dann würden wir halt nicht vom Fleck kommen, also macht es halt einfach Sinn, die dann diesem Buggy zu tun und dann damit rumzufahren, ich schiebe den auch nicht, das kann halt Forever Nerd Girl schön machen, sich die komischen Blicke dafür an, dann tun, ja, aber es bringt auf jeden Fall was. Dann holt euch bitte einen zweiten Hund und der ist dann 14 oder 15 Kilo schwer und der sollte bitte auch keinen Bock haben zu laufen und die streiten sich dann um den Buggy und dann musst du doch den 15 Kilo Hund oben auf deiner Schulter tragen. Ja, irgendwie sowas in der Art, aber nee, ein zweiter Hund kommt mir nicht ins Haus, sagen das junge Eltern auch bei ihnen nachher ihrem ersten Kind, weiß ich nicht. Ein drittes Kind kommt mir nicht ins Haus. Aber vielleicht ein Hund im Büro? Ja, 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 aber so, so oder so ähnlich läuft das Ganze dann, da hast du natürlich vollkommen recht. Ja, also dann sind, ja gut, Blood and Cheese, zurück zu Blood and Cheese, den, ich, man will ja irgendwie glauben, den unfähigsten Attentätern ever, aber, also sie sind so eine Mischung aus, aus dumm und trotzdem effektiv, also. Ja, ja, also, ich meine, am Ende haben sie einen erwischt und ich glaube, im Buch hatten sie sogar den Auftrag, eins der Kinder zu töten, wobei auch noch nicht spezifiziert wurde, welches Kind. Im Buch wurde so ein bisschen offengelassen, dass die Helena sich aussuchen konnte, welches Kind sterben sollte, also nicht für Son for a Son, sondern einfach Kind für ein Kind so ungefähr und ich glaube, Eamon war dann auch nicht das Ziel, sondern wirklich die einfachen, die einfach zu tötenen Kinder waren, waren das Ziel und hier, ja, hier lassen sie der Mutter ja nicht viel eine Wahl. Ja, genau, aber im Buch sind es doch, glaube ich, drei Kinder, ne? Jaira, Jairis und Maylor und wenn ich mich recht entsinne, wird im Buch, glaube ich, es wurde schon zwischen zweien gesählt. Ah ja, okay und ja, das natürlich, ich meine, das ist natürlich, dass ich glaube, warum dieser Mord an diesem Kind dann so ein bisschen, ich will nicht sagen unterging, aber war das natürlich das, dass der blanke Horror für jede Mutter sein muss, also dieser, der Horror der Mutter hat das irgendwie so übertüncht, den Mord, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, komplett, aber da muss ich sagen, ich muss ja wirklich bei jedem Film mittlerweile mitfiebern, wo es irgendwie um Kinder geht oder irgendwie um Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern müssen und den Kindern geht es nicht gut. Zu dem Punkt habe ich es leider nicht so gefühlt. Ah, okay. Das war irgendwie, ich weiß nicht, ich habe bei jedem Kleinsten rennen mir fast schon die Tränen runter, aber irgendwie war das für mich sehr, sehr distanziert, das Ganze. Klar ist da ein bisschen dieser Horror da, dass das passiert, aber ich glaube, wie ich es eben schon gesagt habe, ist hier so ein bisschen das Problem, dass wir nicht wirklich viel von der Helena und ihren Söhnen mitbekommen haben und auch nicht so dermaßen sympathisieren, vielleicht nicht so krass sympathisieren mit ihr und dadurch, ja, die uns vielleicht fremder sind, das ist einfach zwar schon ein sehr schrecklich, ein absolut schrecklicher und verurteilenswerter Akt ist das Ganze und das Schlimmste, was den Eltern passieren kann am Ende, aber irgendwie habe ich es nicht gefühlt hierbei, irgendwie habe ich nur diesen Akt gefühlt, aber nicht so die Sympathie dahinter, was mir wirklich leid tat, weil ich sonst sehr schnell in den letzten Jahren bei sowas drin bin. Ja, vielleicht lag es an dem, was du vorhin gesagt hast, dass einfach die Helena bisher so ein bisschen ja, under the radar, auch was ihres Screentime angeht, war. Ja. Und das waren ja dann auch noch, ich weiß gar nicht, ob man diese Kinder vorher auch überhaupt irgendwie großartig gesehen hat, also, das waren halt jetzt, ja, sagen wir es mal so, drei random Kids, die halt im Grunde genommen da waren, ja, schade um die, aber gut, können wir jetzt halt auch nichts machen, so ungefähr, ja. Ja. Deswegen weiß ich da nicht. Was man aber hierzu sagen kann, ohne dass es jetzt allzu großer Spoiler ist, das ist noch mehr ein Ausschlag für die Eskalation des Dance of the Dragons als der Tod von Lucerys jetzt von Luke, weil ab da wird es, wenn sie so ein bisschen der Geschichte folgen, ab jetzt wird es pro Folge heftiger. Okay. Also, ich meine, dass das Ganze jetzt nicht mehr Eiterteil rausläuft, das war ja klar, aber du bist ja so der Meinung, das wird jetzt drastischer mit sozusagen jede Folge eine Red Wedding. So ein bisschen, also, der Bürgerkrieg eskaliert und fängt jetzt erst, erst mal richtig an. Also, da werden wir in den nächsten, ich bin gespannt, wie viel sie vom Dance of the Dragons hier in dieser Staffel umsetzen. Sie haben ja irgendwie schon damals gesagt, glaube ich, dass sie mindestens vier oder fünf Staffeln für das Ganze planen. Sie werden sehr viel zwischen den Zeilen hinzufügen müssen, was sie bisher auch ganz gut hinbekommen haben, meiner Meinung nach. Aber so ein paar große Charaktere, man sollte sich nicht zu sehr an einige Hauptcharaktere hier bewegen. Ich meine, das ist ja bekannt. Aber das ist ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt in diesem Universum ja nun weiß Gott nichts Neues. Genau. Es wird definitiv spannend und wir werden jetzt so langsam auch die Eskalation der Drachenkämpfe zu sehen bekommen. Ja, da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt. Wir hoffen, das hat euch heute auch gefallen. Dann würde ich sagen, lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und bewertet uns bei Podcast Addict, bei Spotify, bei iTunes. Schreibt uns eure Kommentare an info at nerdizismus.de. Kommt auf unseren Discord auf nerdizismus.de slash Discord oder schießt euch doch nochmal vielleicht ein Ticket unter rabbithole minus theater.de für den Samstag, jetzt den 22.06. um 15 Uhr und vielleicht sucht ihr, wollt ihr aber auch noch eine schöne Tasse haben, auch da hätten wir was im Angebot nerdizismus.de slash shop, da gibt es auch Game of Nerds Krempel, da ist auf jeden Fall auch was cooles dabei und mich ehrlich würde ich mal sagen. Ich habe Bock drauf, ja, ich freue mich drauf, das ist wieder mal guter Content, gute, gute Serie, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, also schon, aber nichts, was wir besprochen haben. Ich glaube, wir haben auch in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viel abgerantet, von daher ist es wirklich erfrischend, dass wir auch mal wieder was anderes haben, über das wir bisher, bisher, ja, nur positiv sprechen können und ich bin sogar ehrlich gesagt ganz guter Dinge, nachdem ich letztens den Trailer gesehen habe zu Rings of Power, dass das vielleicht, vielleicht, vielleicht auch hier die Fans erhört wurden und man da zur zweiten Staffel dann doch das ein oder andere sich nochmal annimmt, auch wenn natürlich hier mit dem Stichwort Tom Bombardier, ja, auch schon wieder ganz schön viel, ja, Beef-Potenzial drin ist. Ach so, zu guter Letzt könnt ihr uns natürlich noch eine WhatsApp schreiben oder eine Sprachnachricht, das macht ihr bitte an die 01525 964 7709 und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, habt noch eine schöne Rest-WM, wir hören uns zu Game of Nerds in 14 Tagen wieder, aber ihr könnt auch noch mehr von uns hören, da hat er WM und nicht EM gesagt, also wirklich. Ah echt, habe ich jetzt WM gesagt, stimmt, ich darf es eigentlich gar nicht sagen, du wirst wahrscheinlich für beides von der FIFA und der UEFA verklagt, ja, also von daher, da ist so ein sportliches Event mit 22 Männern, die hinter einem Ball herlaufen, ja, schaut doch da mal rein, falls ihr darauf steht und in diesem Sinne, macht es ja auch bis die Tage und tschüss, Ciao. 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 Eine Produktion des Podcast Imperiums. Eine Produktion des Podcasts ist das Podcast Imperiums. Vielen Dank.